Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video von mir. Es freut mich wieder riesig, dass ihr heute eingeschaltet habt. Heute möchte ich mit euch über folgende drei Themen sprechen. Zum einen geht es um die Aussage von Brian Kelly, der den Bitcoin Bullrun im Jahr 2019 prognostiziert hat. Als zweites Thema haben wir den Bitcoin Future von BACT, die hier eine neue Information rausgegeben haben. Und zu guter Letzt gucken wir uns die neu entwickelte Schnittstelle von Tresor an, die es ermöglicht, den Bitcoin direkt in andere Kryptowährungen zu tauschen. Doch bevor wir uns mit diesen Themen auseinandersetzen, würde ich ganz gerne noch zwei Dinge vorweg sagen. Zum einen habe ich festgestellt, dass knapp 70% meiner Zuschauer nicht Abonnenten sind. Und ich würde mich riesig darüber freuen, wenn ihr mir die Chance gebt, euch zu beweisen, dass der Inhalt, den ich euch hier liefere, interessant ist und euch auch weiterbringen wird. Deswegen abonniert doch einfach mal diesen Kanal, damit ihr direkt zur Community gehört. Und als zweiten Punkt habe ich, weil ich ja ab und zu auch Kritik bekomme und ich freue mich immer über konstruktive Kritik, da bin ich ganz ehrlich. Ich würde mir wünschen, wenn ihr einfach mal unten in die Kommentare Themenvorschläge postet, damit ich mir diese angucken kann und vielleicht sogar umsetzen kann. Je nachdem, wie es eben die Zeit erlaubt. Von daher schreibt einfach mal ganz fleißig in die Kommentare und da können wir dann auch nochmal einen entsprechenden Austausch stattfinden lassen. So und jetzt gucken wir uns natürlich inhaltlich direkt die Themen an, die wir uns hier gerade vorgenommen haben. Zum einen geht es um den CNBC-Moderator Brian Kelly, der ja sehr, sehr positiv sich gegenüber dem Bitcoin geäußert hat, auch in der Vergangenheit. Wir haben ja bereits im letzten Jahr wahrgenommen, beziehungsweise im Verlauf dieses Jahres wahrgenommen, dass wir 60% Kursverlust hinnehmen mussten. Und auch hier sieht der CNBC-Moderator keinen Grund zur Panik. Er ist jemand, der sich eher dazu äußert und davon ausgeht, dass vor allem durch den Einstieg von Fidelity sich der Markt wieder grundlegend verändern wird. Wir haben durch Fidelity neben dem Unternehmen BlackRock, die ja auch Vermögensverwaltung vor allem machen, einen weiteren Big Player, der sich um dieses Thema kümmert. Insgesamt werden knapp 2,1 Billionen US-Dollar verwaltet von diesem Unternehmen. Und wenn ein Unternehmen mit dieser Größe, die als quasi das dritteinflussreichste Unternehmen der Welt als Einstellungsmerkmal sich positioniert haben, dann bedeutet das automatisch, dass auch andere institutionelle Unternehmen auf einmal Druck haben. Druck haben, um sich zu positionieren und Druck haben, um auch zukünftig den richtigen Weg beschreiten zu können. Man möchte hier natürlich die Chance nicht verpassen, wenn solch ein Unternehmen ankündigt, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, Krypto-Investment-Geschäfte und Strategien zu begründen. Das sind so Themen, die vor allem eben andere Unternehmen dazu bringen, sich ebenfalls positionieren zu müssen. Und das ist eine sehr, sehr entspannte und spannende Entwicklung natürlich. Denn so bedeutet das automatisch, dass weitere Unternehmen, die sich mit dem Thema beschäftigt haben, aus ihren Löchern in Anführungsstrichen kriechen müssen, um eben Stellung zu zeigen, um den Zug eben nicht zu verpassen. Die Frage ist natürlich, wann die ersten Produkte hier wirklich gestartet werden und wie das ganze Thema dann aussehen wird. Das ist natürlich etwas, was zu dem heutigen Tag noch nicht wirklich bekannt ist. Und ja, das ist natürlich etwas, was in der Zukunft sicherlich noch die eine oder andere positive Neuigkeit auch für den Markt bedeuten wird. Nur weil jetzt ein Unternehmen sich dazu entschieden hat, ein Tochterunternehmen aufzubauen, heißt es ja noch lange nicht, dass es sich wirklich auch um eine sehr positive Entwicklung an dem Markt eben, dass es eben eine positive Entwicklung zugrunde liegt. Aber dennoch kann man natürlich sehr positiv darüber denken und auch über einen entsprechenden Bullrun nachdenken. Das ist jedenfalls die Ansicht, die Brian Kelly hier versucht zu vermitteln. Ob das natürlich letztendlich stimmt und ob er sich nur an andere Bull-Enthusiasten und Experten anreiht, das ist natürlich die große Frage. Ist hier jemand, der wie John McAfee sich sehr, sehr positiv einfach äußert, aber dann doch eher nicht die Wahrheit spricht oder beziehungsweise sich nicht sicher ist, wo es hingehen soll? Oder jemand, der wie Mike Novogratz sich ebenfalls sehr, sehr positiv positioniert hat? Das ist halt die Frage. Ich persönlich bin hier jemand, der gerade sehr, sehr positiv gestimmt ist auf die Zukunft. Ich hatte das in den letzten Videos häufig erwähnt. Ich glaube, dass diese positive Entwicklung einfach in den nächsten Jahren vor allem Früchte tragen wird, ob es nun 2019 oder noch weiter entfernt sein wird. Darüber können wir aktuell nur spekulieren. Ich glaube, jeder, der hier eine Versprechung ausspricht, kann sich täuschen. Von daher lassen wir uns einfach mal überraschen. Ich denke, dass wir, wie eben schon erwähnt, sehr positive Zukunftsnachrichten wahrnehmen werden. Ich glaube auch, dass der Markt sich dementsprechend anpassen wird. Aber ich glaube dennoch, dass es nicht in diesem Jahr passieren wird, sondern dass es eher Richtung kommende Jahre sein wird. Und ich glaube, es ist dort sinnvoll, dass sich jeder, der sich mit diesem Thema auseinandersetzt, vor allem erstmal seine eigene Strategie natürlich macht. Und ich persönlich bin jemand, der eher sich hodeln, positionieren wird, um auch zukünftig den richtigen Impuls abwarten zu können, um dann Kauf- oder Verkaufssignale dann eben anstoßen zu können. Als zweites Thema haben wir Backed, die sich mit dem Bitcoin Future ja schon in aller Munde befinden. Das ganze Thema Bitcoin Future ist wahrscheinlich seit dem Jahr 2017 bekannt. Dort hat es dann den ersten Bitcoin Future gegeben. Und der Bitcoin Future von Backed unterscheidet sich deswegen, weil es dort physische Rücklagen quasi gibt. Das bedeutet also, wenn ich mich in irgendeiner Art und Weise positioniere, eine Short-Position, eine Long-Position hier eingehe, dann bedeutet das automatisch, dass ich auch tatsächlich Bitcoin-Bestände damit kaufe. Und je nachdem, wie sich dann der Preis entwickelt, muss ich diese dann eben mit verkaufen und habe dadurch eben Gewinn oder Verlust. Und das ist eine sehr, sehr interessante Geschichte. Denn in der Vergangenheit haben wir ja wahrgenommen, dass zwar ein Future ins Leben gerufen wurde, der signalisierte, dass auf einmal ein Produkt am Markt ist, der durch den Staat und zugelassene Unternehmen reguliert wird. Aber das war natürlich nicht der Fall. Und jetzt haben wir eben Backed hier an der Stelle in Position, die vor allem eben mit großen Unternehmen wie Microsoft und Starbucks zusammenarbeiten, um hier ein Produkt zu launchen und unter den Mann zu bringen, der dann wirklich viel Seriosität ausdrückt. Wir haben außerdem natürlich die positive Nachricht, dass Adam White von Coinbase sich in dieses Unternehmen hineingearbeitet hat und dort nun in einer Führungsposition arbeitet. Nachdem erst November angekündigt wurde als offizieller Release, gibt es nun einen neuen Termin, der als 12. Dezember gekennzeichnet wurde. Ob das hier wieder der Fall ist, ob dann tatsächlich ein Bitcoin-Future in der Art und Weise, also mit diesen physisch hinterlegten Bitcoins, tatsächlich gelauncht wird, das ist natürlich hier auch wieder ein bisschen fraglich, denn hier kann sich natürlich wieder einiges tun. Aber ich bin guter Dinge, dass sie ihren Termin einhalten werden und dann sehen wir sicherlich auch wieder einige sehr interessante Entwicklungen am Bitcoin-Markt. Zu guter Letzt möchte ich mit euch noch über das Update von Tresor sprechen. Tresor ist ja ein Unternehmen, das Hardware-Wallets an den Mann bringt. Hardware-Wallets sind deswegen vor allem wichtig, weil sie natürlich einen hohen Grad an Sicherheit bieten. Wir haben, wenn wir Marktplätze zum Beispiel benutzen, um Kryptowährungen dort zu halten, natürlich die Gefahr, dass diese Plattform irgendwann offline geht oder gehackt wird oder ähnliches. Heißt also, Schaden davon trägt und dann verlieren wir unsere Assets. Wenn wir ein Software-Wallet zum Beispiel benutzen, also eine Software auf dem Computer, haben wir natürlich die Gefahr, dass wir durch einen Virus unsere Kryptoassets verlieren, durch einen Keylogger zum Beispiel unseren Private Key verlieren oder Ähnliches. Also das heißt, auch hier gibt es entsprechende Gefahren. Natürlich kann man mit einer VM zum Beispiel arbeiten, die man nur im Bedarfsfall benutzt. Aber auch das hat natürlich auf der einen Seite die Anforderung, dass man sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat und sich auskennt. Und auf der anderen Seite glaube ich einfach nicht, dass es ebenfalls super sicher ist. Es ist zwar sicherer als ein Soft-Wallet, aber letztendlich ist es natürlich auch nicht der höchste Grad an Sicherheit. Auf der anderen Seite haben wir natürlich die Möglichkeit, mit einem Hardware-Wallet sehr sicher unsere Kryptoassets zu sichern, denn wir haben in der Regel durch verschiedene Sicherheitsmechanismen ein Wallet am Rechner, wenn wir ja tatsächlich hier Geld hin und her schicken möchten. Und nur dann, wenn das Gerät angeschlossen ist, kann es zu den Transaktionen kommen. Und alternativ kann man natürlich auch ein Paper-Wallet benutzen, was dann natürlich nochmal einen höheren Sicherheitsgrad aufweist. Also es gibt verschiedene Varianten und Tresor hat hier nun die Möglichkeit entwickelt, also das heißt mit ihrer Wallet-Schnittstelle quasi dort eingebunden, dass man seine eigenen Kryptoassets direkt tauschen kann gegen andere Kryptowährungen. Das Ganze funktioniert aktuell mit Shapeshift und Change.ly. Heißt also, wir haben hier zwei große Anbieter, die sich mit dem Produkt hier quasi in Verbindung bringen lassen, die natürlich auch dadurch Geld verdienen. Aber dennoch ist es eine sehr, sehr interessante Methode. Shapeshift habe ich bereits in der Vergangenheit getestet. Das funktionierte sehr, sehr reibungslos und es hat mich wirklich beeindruckt, wie schnell das Ganze vonstatten ging. Das Einzige, was man hier beachten muss, ist, dass man hier so einen KYC ausfüllen muss, um tatsächlich hier auch den Trade quasi vollziehen zu dürfen. Das ist natürlich immer ein bisschen doof, weil man dann ja doch Informationen von sich preisgeben muss. Das heißt also, man hat hier nicht die Möglichkeit, schnell mal ein bisschen Geld hin und her zu schieben, oder beziehungsweise hin und her zu tauschen, sondern man muss hier tatsächlich auch seine Anonymität aufgeben. Und ja, man hat aber auf der anderen Seite natürlich schon die gewisse Sicherheit, durch diesen seriösen Anbieter in gewisser Weise, dass man hier auch nicht betrogen wird. Das ist natürlich anders, wenn man über ein Peer-to-Peer-Netzwerk, also im OTC-Bereich, sich mit anderen austauscht und dort halt seine Coins tauscht oder tradet oder ähnliches. Von daher, ja, eine schöne Entwicklung, dass sich hier Tresor dazu entschlossen hat, ein weiteres Unternehmen mit aufzunehmen ins Portfolio, dort zusammenzuarbeiten. Und auch zukünftig hoffe ich natürlich, dass der Ledger solche Möglichkeiten bietet. Das Problem ist natürlich, Shapeshift hat in der Vergangenheit Negativpresse sich eingefahren und da ist natürlich auch die Hoffnung groß, dass es beim Ledger dann vielleicht ein anderer Anbieter sein wird. Aber dennoch finde ich, dass Shapeshift sehr, sehr seriös ist und gute und interessante Neuigkeiten, vor allem Möglichkeiten eben mit sich bringt. Gut, ich hoffe, euch hat dieses kurze und informative Video gefallen. Falls es so war, würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr weitere Videos zu dem oder anderen Themen sehen wollt, dann solltet ihr auf jeden Fall direkt erstmal ein Abo dalassen. Ansonsten hören und sehen wir uns die Tage wieder. Ciao, ciao.